Bei den heutigen Betrugsvarianten aus aller Welt befassen wir uns mit dem Thema Urheberrecht und wie es auch dich treffen kann. Und weil heute Nikolaustag ist, machen wir das Ganze mit einem Beispiel aus dem Jahr 2018. Auf WhatsApp kursierte damals ein Kettenbrief mit einem seltsamen Rätsel. Wer es nicht löse, dessen Profilbild soll zur Strafe in einen Weihnachtsmann verwandelt werden. Was dahinter steckt, sehen wir uns nach dem Intro an. Die einen fürchten eine Betrugsmasche, die anderen wollen unbedingt des Rätsels Lösung wissen. Auf WhatsApp kursierte 2018 ein Kettenbrief, der vielen Nutzern aus verschiedenen Gründen zu denken gibt. In der weitergeleiteten Nachricht hieß es. Ein Spielchen für dich. Du kommst in ein Zimmer. Auf dem Bett liegen zwei Hunde und drei Katzen. Der Weihnachtsmann, ein Esel und fünf Rentiere stehen da auch rum. Drei Tauben und eine kleine Ente fliegen durch die Gegend. So? Wie viele Füße stehen im Zimmer? Wenn du falsch antwortest, musst du drei Tage das Bild vom Weihnachtsmann bei WhatsApp als Profilbild haben. Antwort Auf den ersten Blick handelt es sich um ein harmloses Spiel. Die Verlockung ist groß, einen Tipp abzugeben und zu erfahren, ob man richtig mitgezählt hat. Wer das Rätsel nicht lösen kann, soll zur Strafe einen mitgeschickten Weihnachtsmann-Avatar an die Stelle seines Profilbildes setzen. Dabei könnte es sich jedoch um eine Falle handeln, warnte ein weiterer Kettenbrief, der fast zeitgleich auf WhatsApp herumgereicht wurde. Darin hieß es, der Cartoon Nikolaus sei urheberrechtlich geschützt. Wer sich auf das Ratespielchen einlasse, könnte demnach abgemahnt werden. Es handele sich um eine Masche, um Geld zu kassieren. Doch ob das stimmte, ist ebenfalls unklar. Auf WhatsApp kursieren immer wieder mal frei erfundene Warnungen vor angeblichen Computerviren, Pornoinhalten und verfluchten Wesen. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, ob du dich abschrecken lassen würdest oder ob du gleich mal bei solchen Spielen mitmachst. Das würde mich schon interessieren. Das Portal Mimikama, das regelmäßig vor Online-Betrugsmaschen warnt, hielt eine systematische Abzocke mit Abmahnungen im Fall des Nikolaus-Rätsels zwar für unwahrscheinlich. Ganz auszuschließen sei es jedoch nicht gewesen. Tatsächlich handelte es sich bei dem Nikolaus-Avatar nämlich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Der rechte Inhaber könnte die Nutzung auf WhatsApp also rein theoretisch abmahnen lassen. Dazu müsste er allerdings zuerst ermitteln, welche Rufnummern das Bild verwendet haben. Also eher mehr heiße Luft als sonst was dahinter. Aufpassen muss man mit dem Urheberrecht sehr wohl. Nicht nur hier auf YouTube kannst du gemahnt oder gar gesperrt werden. Wann immer du geschütztes Material verwendest, egal ob Bild, Video oder Musik, kann dir eine Rechnung ins Haus flattern. Pass also auf dich auf und ich sage Servus bis zum nächsten Video.